Es ist endlich soweit. Ich habe sie hier bei mir, die beiden neuen Barschrouten. Wie ihr hier sehen könnt, die Perch Light, in meiner Hand die Perch Cast, eine tolle ML-Barsch-Caster, Fast-Action, Fuji-K Alconite-Ringe, Fuji-Rollenhalter, ein schwarzer EVA-Grip mit feinen Anpassungen am Händel. Für mich perfekt geeignet, für unseren Chatterbait, aber auch sämtliche andere Searchbaits, Twitchbaits, Rigs und Jigs. Die Perch Cast kommt in einer Länge von 2,01 Meter mit einem Wurfgewicht von 3 bis 14 Gramm. Kommt bei mir immer dann mit, wenn ich auf Barsch gehe, aber mir viele Möglichkeiten offen halten möchte. Unser Finesse-Spinning-Modell, die Perch Light, kommt in einer Länge von 2,27 Meter und einem Wurfgewicht von 2 bis 11 Gramm. Die perfekte Route für alle Freunde von Rigs, vor allem für leichte Rigs. Hier sehe ich als Grenze für Bullets 8 bis 9 Gramm, wenn man den Trailer noch dazu rechnet. Auch diese Route zeichnet sich wieder durch ihren Torai T800 Blank aus und die diesmal verbauten Fuji-Sig-S-Ringe. Das Handel haben wir auch hier wieder angepasst, sodass es für euch, für die feine Angelei mit Rigs, perfekt abgestimmt ist. Beide Routen findet ihr im Handel ab Oktober. Macht euch auf was gefasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.